Ich habe kürzlich einen Bestatter kennengelernt tatsächlich und der hat mir erzählt, dass er Bereitschaftsdienst hat. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich habe gefragt, was der Bereitschaftsdienst bei Bestattern, wie sieht das denn aus? Hat er gesagt, naja, im Grunde wie bei Sanitätern, nur mit wesentlich weniger Hektik. Ja gut, macht Sinn. Ja, ich stelle mal vor, du bist Bestatter, kriegst einen Anruf, hallo, achso, ja, ist jemand gestorben, alles klar, ich komme sofort. Also ich esse natürlich noch fertig. Fondue. Läuft der nicht weg. Das ist lustig, weil ich habe den in der Kneipe kennengelernt und er hat sich ein Bier nach dem anderen gezwitschert und so und ich habe irgendwann gefragt, sag mal, du hast Bereitschaftsdienst und du trinkst dir ein Bier nach dem anderen? Hat er gesagt, naja, hast du schon mal gesehen, dass die Polizei einen Leichenwagen anhält? Ich nicht. Ja, aber wenn du einen Unfall baust, neue Kundschaft. Ja, ich bin ein... Ja, ich bin ein...